schön ja viel zu langsamer kommen Reus das war gut gespielt Union jetzt ja und der sitzt schön rübergelegt ja wichtig gut gespielt und große macht gut ja wir haben aber wirklich eine gute Chancenverwertung alter ja ist der gut drauf Latte Pfosten da ist ein bisschen platz platze scheiße und ja super super mitgenommen von pausen das ist doch billig sie ja scheiße scheiße wie schnell und er trifft gut gespielt eiskalt komischerweise bekommst du auch noch eckwalt da ist Kloß erstmal gehalten fast kretschen wir den da noch weg aber es reicht super trockener Abschluss sehr schön nein Riesenchance nein nach ganz vorne na immerhin super gechippt oh der sitzt ja ei 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 keeper komm raus jetzt trifft ja jetzt trifft Rahman oh das geht ja geht gut los ne das war gar nicht Silke das ist der Torschütze hallo und der macht alles richtig hallo boah ach das ist doch das geht das geht gar nicht boah boah Pfostentor ich doch am Arsch ey Selke boah der ist ja hier nicht mehr zu stoppen nein boah alter ist der schnell am Ball boah ne abseits Prozent na der ist ja mutig hey warum läuft der denn in die andere Richtung naja jetzt bist du deine Mainzer los ich glaube nicht dass das jetzt nochmal so wird ja dein Tipp ist schonmal zerstört siehste schon 17 jo jetzt haben wir es Silber das ist der gefährlichste Schütze von den Frankfurtern ja Zuber trifft oh Pfosten abseits abseits gut so naja ok boah boah unter die Latte gehämmert nein Alter wie langsam ist er denn ja klar ich weiß ja naja neun Tore ja die habe ich ja wirklich perfekt vorgelegt was jetzt was keine Ahnung ja zuletzt gespielt habe Lewandowski der macht's ja knapp ganz knapp Lewandowski mit dem Doppelpack und das heißt der ist jetzt bei 15 Toren Bayley bleibt momentan bei 17 Lewandowski der Matchwinner hier ja ja das war ein Tor des Willens da hat er sich richtig schön nach vorne gestoßen kam er nicht mehr zwischen oh ja schöner Pass das war ein super Pass Schmied Pfosten oh oh super ja ja oh Pfosten den habe ich drin gesehen oh oh was für ein Beginn Pfosten oh 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 gut Latte oh oh gut gehalten ta ta ja da Bis zum nächsten Mal.